Für dich ist das Traum, für dich ist das Traum, Amen. Ich möchte dich einladen, dass du deine Hände erheben kannst. Oh, die Herrlichkeit Gottes ist hier. Und wo, ich weiss nicht, wie du heute gekommen bist, aber ich weiss, Gottes Gnade ist hier über dein Leben. Und in Jesu Namen, ich proklamiere den Segen Gottes heute über dein Leben. Neue Kraft. Der Geist Gottes kommt über dich heute. Er erneuert dein Leben. Er füllt dein Herz. Er gibt dir neue Kraft. Er gibt dir neuen Mut, neue Freude. Er gibt dir die Macht, um ehrlich zu sein. In Jesu Namen. Und in dem Namen von Jesus. Du kannst ihm loben und preisen. Und du kannst ihm sagen, Herr, danke. Und du kannst ihm sagen, danke für das, was du für mich getan hast. Danke für das, was du für mich getan hast. Herr, wir öffnen unsere Herzen heute. Um dein Name zu erheben über alle Namen. Du bist der Allmächtige Gott. Du kannst auch heute Wunder und Zeichen tun in unserer Mitte. Du kannst auch heute Wunder und Zeichen tun in unserer Mitte. In Jesu Namen. In der Namen von Jesus. Herr, wir proklamieren deinen Sieg. Und wenn jemand hier krank ist. Und wenn jemand hier krank ist. Komm jetzt mit einer heilenden Kraft über diese Person. Was sick, come with your hands over him. In Jesu Namen. In the name of Jesus. Ist die Kraft. The power. In Jesu Namen geschehen, Wunder. In the name of Jesus, there can be wonders. In Jesu Namen gibt es Freiheit. In the name of Jesus, there is freedom. Freiheit von Gebundenheiten. Freiheit von all bondings. Freiheit von Süchte, von Sünden. Freiheit von addictions. Freiheit in unseren Herzen. Freiheit in our hearts. Von jeder Traurigkeit. Von all sadness. Von alle Depressionen. Von all depression. Oh, Herr, wir proklamieren deinen Sieg. Lord, we proclaim your victory. Und Herr, ich bitte dich, rede jetzt zu uns durch dein Wort. Und Herr, gebrauche du unser Leben, damit wir das sagen können, was du uns sagen möchtest. Lord, use our lives to tell others what they should hear. Und Herr, öffne nicht, wir wollen nicht nur unsere physischen Ohren öffnen. And Lord, we don't want to open our physical ears. Sondern auch unsere Herzen. But also our hearts. Um dein Wort mit Glauben zu empfangen. And to receive your word with faith. Wir danken dir dafür. We thank you for that. Du bist so gut, oh Herr. You're so good, Lord. Wir loben, wir preisen dich. We worship and praise you. In Jesu Namen. In the name of Jesus. Und alle zusammen sagen. And everyone says. Amen. Lasst uns den Herrn einen mächtigen Applaus geben. Give the Lord a strong applause. Halleluja. Halleluja. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Amen. You may take your seats. Danke, Daniela. Danke, Monika. Thanks to Daniela, Monika. Und danke auch Grace. Wo bist du jetzt? Thank you, Grace. You're there. Amen. Amen. So schön, in Gottes Gegenwart zu sein. It's so nice to be in the presence of the Lord. Und es ist schön, dass wir heute zusammen dieses Abendmahl gefeiert haben. And it's also nice to celebrate the supper that we had. Weil wir proklamieren den Sieg Gottes über unser Leben. Because we proclaim the victory of the Lord over our lives. Und heute, als ich in der Vorbereitung war von diesem Thema, was ich euch bringen wollte. And today, when I was in the preparation for this serving today. Der Titel ist etwas Besonderes. The title is something special. Es geht um Gewohnheiten, Routine und Bequemlichkeit. It's about customs, routines, comfort. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal zu Hause so einen kleinen Hamster hatte. I don't know if any of you ever had a hamster at home. Hat jemand von euch da schon mal so ein kleines... Has any of you ever had a hamster? Ich erinnere mich, ich war noch klein und wir hatten zu Hause so einen Hamster. And I remember when I was little, I had a hamster at home. Und ich hatte mich immer lustig gemacht mit diesem Hamster. And I always made fun of the hamster. Weil er ging immer auf dieses Rad, wisst ihr, wo sie sich dann ganz schnell drehen. Because he was always in this hamster wheel that's spinning really fast. Und er rannte, er rannte, er rannte, er rannte. Aber er kam nirgends an. And he was running and running and running and he didn't arrive places. Und dann habe ich so wie ein Stäbchen genommen. And then I took a little, like, stick. Und wenn es ganz schnell war, habe ich diesen Stab reingesteckt. I sticked the stick into the wheel. Und der Hamster ist rausgeflogen, aber wirklich. And the hamster flew out of the hamster wheel. Und das habe ich so lustig gefunden. And I thought it was really funny. Ich weiß nicht, ob der Hamster das lustig gefunden hatte. I'm not sure if the hamster thought it was so funny. Aber ich hatte so viel Spaß damit. But it had so much fun. Und am Ende war es für ihn schon wie ein Spiel. And at the end it was like a game for him. Und dann hat er gerannt und er hat auf mich zugeschaut. And in the end he was running and looking at me. Weil er wusste, jetzt irgendwann kommt da was. Because he knew, right now it will come something. Handbremse und er fliegt raus, oder? He hit the brakes. Und dieser Hamster, es war wirklich, wir hatten ihn manchmal sogar auf dem Boden, bei uns in der Wohnung. He would walk freely through our apartment. Wichtig, wenn ihr so etwas macht, dass ihr keine Katze habt. Important if you do that, you shouldn't have a cat at home. Weil sonst gibt es ein Problem, ihr werdet den Hamster nie wieder finden. Because you will have a problem, you will never see your hamster again. Aber wir hatten damals keine Katze und dann konnten wir ihn so frei rumlaufen lassen. But we didn't have a cat at the time, so he could walk freely. Aber eines Tages ging der Hamster genau zwischen die Tür. But one day, the hamster walked through a door. Und wir haben ihn nicht gesehen. And we didn't see him. Und als wir die Tür geschlossen haben, haben wir nur gehört, und das war's. Und er ging in ein besseres Leben, in die andere Seite. Und er ging in ein besseres Leben, in die andere Seite. Wir waren sehr klein, ich und meine Schwester. Wir haben geweint. Wir haben geweint. Wir waren geweint. Und wir mussten eine christliche Bestattung machen nachher für den Hamster, der gestorben ist. Und wir haben wirklich für den Hamster gebetet. Wir haben wirklich für den Hamster gebetet. Wir haben wirklich für den Hamster gebetet. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Das waren gute Zeiten. Aber wisst ihr, manchmal tun Menschen Dinge und man weiß gar nicht, warum wir das machen. Und you know, sometimes people do things and we don't know why we do them. Dieser Hamster ist dort im Rad, am Rennen, am Rennen, am Rennen. Er kommt nirgends an, aber er rennt trotzdem. Und manchmal geht es uns genauso so. Wir rennen, wir tun Dinge und wir wissen gar nicht, warum. Wir bemühen uns, wir versuchen das Beste zu geben. Es gibt gewisse Gewohnheiten, die wir haben, die wir immer wieder tun. Und wir wissen gar nicht, warum wir das tun. Und ich habe gesucht ein bisschen, was es bedeutet, eine Gewohnheit zu haben. Und ich habe folgende Definition oder Bedeutung gefunden. Es ist eine Handlungsweise, die durch die Wiederholung derselben Handlungen oder der Tradition geschieht. A custom is a habitual way of acting that is established by the repetition of the same acts or by tradition. Es wird für uns wie etwas Gewöhnliches, etwas, was wir immer tun. It's become something that's really common for us. We do it every time. Und dann habe ich gesucht, wie lange braucht es, bis wir eine Gewohnheit haben. So I looked into it, how long does it take to maintain a custom or a habit. Und das Erste, was ich gefunden habe, damit wir etwas wiederholen. And the first thing that I found, that we repeat something. Und wir es langsam auch teilmachen von unser Leben. And that we slowly make it part of our daily life. Braucht es wenigstens, dass wir das 21 Mal hintereinander machen, während 21 Tage. Es bedeutet, es geschieht nicht automatisch. Man muss dranbleiben. Aber wenn wir wollen, dass das wirklich ein Teil wird von unserem Leben, von dem, was wir immer tun. Aber wenn wir es ein Teil unserer Leben sein wollen, dass wir es jedes Mal machen. Auf Spanisch ist das Wort Abito. Ich weiß nicht, auf Deutsch, wie man das jetzt sagt. Abito ist ein Habit. Ja, aber es ist mehr als eine Gewohnheit. Es ist Teil schon von deinem Leben, wie ein Merkmal. It's more than a habit. It's part of your daily life. Braucht es zwischen 18 und 254 Tage, wo du immer, denn jeden Tag dasselbe tust. Wow. And it takes you 18 to 245 days, 54, 54 days to make it a part of your daily life. Und ich habe gelesen, warum braucht es so viel oder warum so einen großen Unterschied. And I was reading into it, why does it take so long. Es hängt davon ab, von meiner innerlichen Einstellung. And it depends from my eternal attitude. Wie ich damit umgehe. How I deal with it. Was es für mich bedeutet. What it means for me. Wie schwer oder wie leicht es ist, weil es gibt Dinge, wo manchmal schwerer sind. Es bedeutet, es gibt verschiedene Situationen, die davon abhängig sind. It means that there are different situations that are tied to it. Damit wir so eine Gewohnheit teilmachen von unserem Leben. So that we can make this custom a part of our life. Und ich denke jetzt, als ich das alles vorbereitet habe. And I thought when I was preparing all of it. Wie viele erwünschen sich meistens, Pastor, bete für mich und in einem Tag ist alles vorbei. And how many sometimes wish, Pastor, please pray for me so that the next day everything is solved. Und das möchten wir alle, oder? All of us want that, right? Dass wir beten und Gott sofort uns die Antwort gibt. And that we pray and God acts immediately. Aber was sagt uns die Bibel darüber? Im 5. Mose, in Kapitel 6, Verse 6 bis 7. We can read in Deuteronomy 6, 6 to 7. Dort steht geschrieben, bewahret die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon. Wiederhole sie. Ob ihr zu Hause oder unterwegs seid. Ob ihr euch schlafen legt. Oder aufsteht. These words, which I am commanding to you today, shall be on your heart. And you shall repeat them diligently to your sons and speak to them when you sit in your house, when you walk on the road, when you lie down, or when you get up. In anderen Worten, Gott weiss ganz genau, wie wir funktionieren. In other words, God knows exactly how we function. Und die Dinge geschehen nicht einfach so. And the things doesn't happen, just like that. Damit sich wirklich etwas verändert, auch in unserem Leben, so that something really changes in our lives, müssen wir oft dranbleiben, während mehrere Tage. We have to have this perseverance to do it every time. Nicht nur einmal. Not just once. Nicht nur zweimal. Not two times. Nicht nur einmal in der Woche in einem Gottesdienst. Not once a week at a church. Oder einmal im Monat. Or once a month. Oder zu Weihnachten. Oder at Christmas. Oder wo auch immer wir uns treffen, vielleicht zu Ostern. Or whenever we get together, like on Easter. Sondern es braucht dieses Dranbleiben in unserem Leben. It takes us to really maintain it and to make it a habit. We do it every time. Die Bibel sagt uns sogar in Sprüche, in Kapitel 22, in Vers 6. The Bible tells us in Proverbs 22, 6. Bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter daran. Train up a child in the way he should go. Even when he grows older, he will not abandon it. Gott möchte, dass wir die wichtigen Dinge, die für ihm wichtig sind, Gott wants us to do the important things that are for him important, damit wir sie lernen, damit es teilwerden kann auch von unser Leben. So that we can learn them and make them part of our lives. Und wie geschieht das? And how does that happen? Wenn wir es wiederholen. When we repeat it. Sag mit mir, wiederholen. Say it with me, repeat it. Wiederholen. Repeat. Repetieren das, una y otra vez. Wiederholen. Repeat it. Es geschieht nicht einfach so. It doesn't happen just like that. Ich erinnere mich, mein, wie sagt man, der Vater von Susi. I remember the father from Susi. Er war ein Mann des Gebets. He was a man of prayer. Und er musste meistens sehr früh zur Arbeit. And usually he had to leave really early for work. Um sechs Uhr musste er schon vor Ort sein in seiner Arbeit. He had to be at work at six. Und damit er eine Gebetszeit haben konnte. And so that he could have his prayer time. Ist er meistens um vier Uhr morgens schon aufgestanden. He woke up at four a.m. Und war eine Stunde im Gebet. And he was praying one hour. Und danach hat er erst gefrühstigt. And late, just after that he had breakfast. Und dann ging er zur Arbeit. And then he went to work. Und dann kam er spät am Abend wieder zurück. And late at the evening he came home. Und das machte er nicht nur einen Tag. And he didn't do that just one day. Sondern jeden Tag. Every day he did it. Und nicht nur einen Monat. And not just one month. Oder ein Jahr. Or one year. Sondern über 50 Jahre. He's doing it over 50 years. Die Familie, alle wussten, das ist die Gebetszeit von Carlos. So war sein Name. The whole family knew that this time was the prayer time of Carlos. Wie hat er das geschaffen? How did he do it? Er ist dran geblieben. He sticked to it. Ich bin mir sicher, am Anfang war es nicht einfach. I'm sure at the beginning it wasn't easy. Ich habe es auch vielmals versucht. Aber ich habe gemerkt, am Vormittag funktioniert es bei mir nicht. But I realized, in the morning it doesn't work that well. Ich muss eher am Abend das machen. I do it later at the evening. Aber wie auch immer, damit etwas sich in unserem Leben verändern kann, müssen wir die Dinge wiederholen, immer wieder. Und es gibt gute Gewohnheiten, die eine gute Auswirkung bringen, aber es gibt auch schlechte Gewohnheiten, die wir alle haben. Und die eine schlechte Auswirkung bringen. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir das verstehen können. Ich erinnere mich an eine Geschichte von einem Mann. Ich erinnere mich an eine Geschichte von einem Mann. Er hatte Probleme mit dem Alkohol. Er hatte ein Problem mit dem Alkohol. Und er war sehr gewalttätig zu Hause mit seiner Frau, mit seinen Kindern. Und die Jahre sind vorbei, vorübergegangen. Seine Kinder wurden größer, sie wurden älter. Und erstaunlicherweise sein Sohn hatte dieselbe Gewohnheiten wie er. Er war auch gewalttätig. Er war auch ein Alkoholiker. Und nach vielen Jahren, er hat dann geheiratet, er hatte ein Kind bekommen. Und sein Sohn hat dasselbe wieder weitergemacht. Und man konnte sehen, wie diesen Einfluss von einer Generation auf die andere rüberkam. Aber der jüngste Sohn dann, als er Jesus kennengelernt hatte, da hat sich etwas verändert in seinem Leben. Gott hat ihn befreit von Alkohol. Gott hat ihm geholfen mit seinem Charakter, mit dieser Gewalt, die er hatte. Er konnte seine Ehe wiederherstellen. Und ab diesem Zeitpunkt war es so interessant zu sehen, das, was dieser junge Mann dann weitergegeben hat. Weil jetzt die nächste Generation war nicht mal unter dem Einfluss der Gewalt oder des Alkoholismus, sondern jetzt sie konnten wirklich Friede und Liebe erleben zu Hause. Und die Familie war so anders. Und sie waren so gesegnet, dass dann der Vater von ihm, er wollte auch diese Veränderung erleben, und der Großvater, der noch lebte, und der noch immer am Alkohol festhing, sogar Gott konnte diesen Großvater auch befreien von Alkoholismus. Das kann Gott machen. Gott kann das machen. Wir haben manchmal Gewohnheiten, die nicht gut sind. Wir tun Dinge, die manchmal kein Segen sind. Wir tun Dinge, die manchmal kein Segen sind. Und wir müssen das verstehen. Und wir müssen das verstehen. Das, was wir tun, alles, was wir tun, hat einen gewissen Einfluss auf die Menschen an unserer Seite. Has a certain influence to the people around us. Wenn wir gute Dinge tun, wenn sie positiv sind, wenn sie ein Segen sind, dann geben wir diesen Segen weiter. Dann geben wir diesen Segen weiter. Aber wenn es negative Dinge sind, wir werden Menschen verletzen. Wir werden Menschen unter Druck setzen. Das geben wir auch weiter. Und wir können da nicht Gott schuldig machen. Sondern wir sind verantwortlich von das, was dann geschieht. Wer sagt Amen dazu? In der Bibel habe ich gefunden einen König, der leider keinen guten Ruf hatte. In 2. Könige in Kapitel 13 lesen wir im Vers 1 und 2 folgendes. Im 23. Jahr des Joash, des Sohnes Anashas, des Königs von Judah, wurde Joachas, der Sohn Jehus, König über Israel in Samaria, und regierte 17 Jahre. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn und er folgte den Sünden Jeroboans, der Sohn Nabatz, der Israel zur Sünde verführt hatte. Er wich nicht davon ab. Wir sehen hier die Geschichte von einem jungen König. Sein Name war Joachas. Wir sehen hier die Geschichte von einem jungen König. Sein Name war Joachas. Und das Erste, was uns hier im Vers 2 die Bibel sagt, ist, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und der erste, was die Bibel sagt uns in den zweiten Vers ist, er hat das evil in der Sünde des Herrn. Warum hat er das getan? Die Erklärung kommt danach. Wir haben die Geschichte später. Weil er folgte den Sünden von Jeroboans. Und es ist geschrieben, und folgte den Sünden von Jeroboam. Und Jeroboam und Joachas haben ganz Israel zur Sünde geführt. Wow. Und beide haben Israel zur Sünde geführt. Hier sehen wir den Einfluss von einem König. Er hatte die Macht. Er hatte die Autorität, die Gott ihm gegeben hat. Aber er hat diese Macht, diese Autorität missbraucht. Und wir sehen hier die Folgen von dem, was geschehen ist. Das Erste ist derselbe, Joachas, der König, tat Dinge, die nicht gut waren. Das Zweite, was wir sehen, er hat einem falschen Beispiel nachgefolgt. Und das Dritte, was wir sehen, sie führten das ganze Volk in Ehre. Im falschen Weg. Sie haben ihren Einfluss negativ weitergegeben. Und ich denke, es ist so wichtig, liebe Geschwister, dass wir uns selbst prüfen. Was gebe ich weiter? Was gebe ich weiter in meine Familie? Was gebe ich weiter meinen Kindern? Was gebe ich weiter in meine Arbeit, meine Arbeitskollegen? Was gebe ich weiter in meine Kollegen at work? Was gebe ich weiter in der Gemeinde? Was gebe ich weiter in der Kirche? Welchen Einfluss haben wir über die Menschen auf unserer Seite? What influence do we have to the people surrounding us? Manchmal denken wir nur an uns selbst. Sometimes we just are selfish and think on ourselves. Und wir sehen nur unsere Situation, unsere Probleme. And we see only our problems and our situations. Aber wir merken gar nicht, welchen Einfluss wir haben auf die Menschen an unserer Seite. But we don't even realize what kind of influence we have to others. Dieser König, es war ihm egal, was mit dem Volk geschehen ist. Er hatte kein Herz für andere Menschen. Er dachte gar nicht daran, was das bewirken kann. Deswegen müssen wir verstehen, alle unsere Gewohnheiten, jede Routine, die wir haben in unserem Leben, kann eine positive oder negative Auswirkung haben. Und Gott wird das nicht so einfach ändern. Er arbeitet mit uns zusammen, damit wir zusammen mit seiner Hilfe unser Leben verändern können. Welche Auswirkungen haben die Gewohnheiten in unser Leben? Die negative Auswirkungen von einer Routine, von gewissen Gewohnheiten ist, wenn wir die Dinge einfach machen, aber wir haben überhaupt kein Interesse in das, was wir machen. Es funktioniert einfach automatisch. Keine Kreativität. Wir haben keine Vision, in welche Richtung es geht. geht. Wir sind wie dieser Hamster, der sich dreht in diesem Rad. Wir sehen keine Zukunft, wir haben nicht eine Perspektive, in welche Richtung wir gehen wollen. Wir tun Dinge, aber wir haben die Motivation nicht. Wir sind langgeweiligt, wir sind stehen geblieben, wir sind stagniert und wir haben absolut kein Interesse. Wir tun es noch immer, aber wir haben kein Interesse. Ich vergleiche es mit Menschen, die manchmal sagen, ja, ich gehe ja zur Kirche, ich gehe jetzt im Gottesdienst. Ja, wann? Zu Weihnachten. Ja, nicht nur zu Weihnachten, zu Ostern auch bin ich in der Kirche gewesen. Aber es gibt keine Beziehung mit Gott. Ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast, dass jemand dich irgendwie ausnutzen wollte. Habt ihr solche Situation erlebt schon mal in Leben? Wo du gemerkt hast, diese Person kommt jetzt auf dich zu, weil sie will etwas von dir. Und du merkst, sie möchte dich ausnutzen. Es bedeutet, sie möchte etwas, aber sie will nicht, dass du Einfluss hast über sie. Sie kommt nur als Interesse. Sie möchte Geld. Sie will etwas von mir. Sie will meine Hilfe. Aber es gibt keine Beziehung. Könnt ihr mich verstehen? Hat jemand von euch solcher Situation begegnet? Wie fühlst du dich in diesem Moment? Wir fühlen uns betroffen, es geht uns nicht gut. Wir können nicht verstehen, warum handelt diese Person jetzt so mit mir? Wir verstehen, warum diese Person mit uns tun. Doch, liebe Geschwister, wie viele von uns tun genau dasselbe mit Gott? Gott möchte mit uns eine Beziehung aufbauen. Nicht nur, dass wir kommen wegen gewissen Interessen. Nicht nur, dass wir zu ihm kommen, wenn ich eine Not habe, sondern dass wir eine echte Beziehung mit ihm aufbauen können. Und das bedeutet auch das positive Teil von einer Routine oder einer Gewohnheit, wo wir wirklich dranbleiben, wir sind konstant, wir geben nicht auf. Wir werden diszipliniert, wir tun die Dinge, weil wir wissen, das ist richtig. Wir müssen disziplinieren, weil wir wissen, es ist wichtig, wir organisieren uns, wir nehmen unsere Verantwortung wahr, wir gehen vorwärts, wir geben nicht auf, es bringt uns Sicherheit, weil wir wissen, was wir tun, wir wissen, wo wir hin wollen, und wir geben nicht auf. Das ist die Gemeinde, Hoffnung des Leben, Halleluja. Hope of life. Wer sagt Amen. Gib den Herrn einen Applaus. Halleluja. Es gibt ein Sprichwort, es sagt, beharre und du wirst triumphieren. And it means like, persevere and you will be successful. Something along the lines. in other words, bleibe dran an das was you tust. In other words, persevere and keep on going. Gib nicht auf mit den guten Dingen und die guten Gewohnheit in dein Leben. Don't give up on those good habits, on those good customs in your lives. and you will reach your goal. You will have victory. God will help you. But we don't have just to do it one day. Once a month. Or twice a year. Sondern we have seen an Anfang, it needs to do it every time. We have to persevere. I asked the Lord for examples from the Bible. The first example is from Daniel. Do you know Daniel from the Bible? Er war ein junger Mann. Er wurde gefangen genommen. Jerusalem wurde zerstört. Er war ein Sklave eigentlich. He was actually a slave. Aber die Gnade, die Kunst Gottes war über sein Leben. Er und drei von seinen Freunden wurden auserwählt, damit sie studieren konnten in der Universität in Babylonien. Er hat eine sehr gute Ausbildung bekommen. und dann geschah es, die Situation wurde nicht immer einfach und man versuchte ihn zu töten. Man wollte nicht, dass Daniel weiter kommt. Stellt euch mal vor, du musst dein Heimatsland verlassen. Du bist jetzt ein Sklave in eine fremde Nation in eine andere Sprache in eine andere Kultur und jetzt gibt es Leute um dich herum, die dich zerstören wollen. Was tun wir in so einer Situation? Was hat Daniel geholfen, dass er trotzdem weiterkommen konnte? Er hatte eine sehr gute Gewohnheit. Welche war seine Gewohnheit? Daniel 6 Vers 11 steht geschrieben. Wir können in Daniel 6 10 Dort steht, als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus, das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Wir sehen hier, Daniel hatte eine Gewohnheit etwas Gutes, was er gemacht hat. Dreimal am Tag kniete er nieder und betete zu Gott. Wann hat er angefangen mit dieser Gewohnheit? nicht nicht in Moment der Niederlage oder des Kampfes oder schwierigen Situationen, sondern er hat das schon viel früher begonnen in seinem Leben. Es war Teil von seinem Leben. Sogar die Feinde wussten, Daniel betet dreimal am Tag. Und sie haben genau das wollten sie benutzen, um Daniel zu zerstören. Aber was hat Gott getan? Gott hat ihn beschützt. Warum? Weil Daniel hat nicht nur zu Gott gerufen, als er eine Schwierigkeit hatte, sondern er hatte eine Beziehung mit Gott. sagt mit mir eine Beziehung mit Gott. Eine Beziehung mit Gott. Nicht nur einmal in der Woche. Nicht nur einmal im Monat. Nicht nur einmal im Jahr. Dreimal im selben Tag. Wow. Und niemand hat ihn dazu gezwungen. Da gab es keinen Pastor, der ihm gesagt hat, Daniel, du musst jetzt mehr beten. Er hat es freiwillig getan. Er suchte Gottes Gegenwart von Herzen. Er war searching the presence of the Lord from the bottom of his heart. Und ich kann ihn verstehen. Weil ich denke, er fühlte sich in einem fremden Land, er fühlte sich hilflos. Er hatte keine Hilfe von niemanden. Nobody helped him. seine einzige Hilfe, seine einzige Sicherheit war in Gott. His only security, his only thing that he could hold on was his God. Und er hat diese Beziehung mit Gott aufgebaut. Er ist drangeblieben. und in schwierige Zeiten hat Gott ihn beschützt. Und die Geschichte sagt uns nachher, es waren drei verschiedene Könige, wo er gedient hatte. Diese Könige waren eigentlich befeindet und sie haben sich gegenseitig getötet und jetzt kommt das Wunder. Daniel diente bei den einen, Daniel diente bei den anderen und Daniel diente bei dem dritten. Alle drei Könige gingen vorüber. Aber Daniel war noch am gleichen Ort. Warum? Weil Gott mit ihm war. Weil er suchte Gottes Gegenwart von ganzem Herzen. Oh, gib den Herrn doch einen mächtigen Applaus dafür. Halleluja! Das bedeutet auch für uns, wir müssen dranbleiben. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal, nicht nur ein Tag, nicht nur einmal in der Woche, oder einmal im Monat. stelle dir mal vor, unsere Kinder zum Beispiel. Wie oft gehen sie zur Schule? Jeden Tag, oder? Und jeden Tag müssen sie auch studieren, sie müssen lesen, sie müssen sich vorbereiten. Jetzt eine Frage. Wie oft bringen wir sie zur Gemeinde? Einmal in der Woche. Once a month, once a week. aber viele bringen sie nicht mal einmal in der Woche. Was will ich damit sagen? Müssen wir unsere Kinder zwingen? Nein, nein, es geht nicht um das. Es geht um eine Haltung, um eine Beziehung. Wenn ich meine Kinder nicht beibringe, was für mich wichtig ist, wenn ich kein Beispiel für sie bin, und ich erwarte dann, dass sie einen guten Weg gehen, und ich tue genau das Gegenteil, und ich tue genau das Gegenteil, wie kann Gott mir dann helfen? Wie kann Gott mir dann helfen? Ich erinnere mich, als ich noch ein kleiner Junge war, und ich hatte auch meine Tage, nicht immer war es so einfach, damals war Gerardo noch kein Engel, er hatte auch Mühe, manchmal, er wollte nicht gehen in den Gottesdienst oder zur Sonntagsschule. Er hatte seine Probleme, er wollte nicht gehen in den Gottesdienst oder zur Aber meine Mutter, sie sagte immer wieder, sie motivierte mich, komm Gerardo, es wird schön sein, es wird ein Segen sein, du wirst auch andere Kinder dort kennenlernen, ihr werdet zusammen beten, und sie hat mich immer ermutigt, manchmal musste sie mich ein bisschen pushen, manchmal hat sie sie an die Hand genommen, und manchmal hat sie mir an die Ohren genommen, und ich konnte ganz gut verstehen, was sie damit meinte, ich meine nicht jetzt damit, damit wir unsere Kinder verletzen, nein, nein, es geht nicht um das, aber ich sah, für meine Mutter war das wichtig, nicht weil sie religiös war, nicht weil sie fanatisch war, sondern sie hatte eine echte Beziehung mit Gott, und sie hat es gezeigt zu Hause, und sie betete jeden Tag, sie hat mir die Bibel beigebracht, und sie wollte, dass ich diesen Weg gehe, und sie wollte, dass ich diesen Weg gehe, sie war für mich ein positiver Einfluss, sie war für mich ein positiver Einfluss, manchmal hatte ich ein Fest an einem Sonntag, und dann sagte sie zu mir, zuerst Gottesdienst, nachher kannst du machen, was du willst, und ich musste gehen, manchmal hatten wir ein Fest zu Hause, unsere Verwandten, unsere Familien kamen, und dann kam plötzlich die Uhrzeit vom Gottesdienst, und dann sagte meine Mutter, und meine Mutter, schön, dass ihr heute alle hier seid, oh, it's so nice of you to be here, ich möchte euch alle einladen, ich invite euch, all of you, jetzt gehen wir alle zusammen in den Gottesdienst, wir gehen mit uns mitkommen, ihr könnt mit uns mitkommen, nachher kommen wir zurück, und wir feiern weiter, und wir feiern und wir feiern niemand konnte sich retten, alle mussten gehen, und wenn sie nicht gehen wollten, und wenn sie nicht meine Mutter hat ihnen den Schlüssel gelassen, und wir sind trotzdem in den Gottesdienst gegangen, und wir sind in den Gottesdienst gegangen, es hat mein Leben beeinflusst, und ich glaube, es war nicht so schlecht, weil das hat mir geholfen, als nachher die Zeit kam, in meine Teenager-Altere, ich wusste, was der Herr will von mir, und ich wusste, was gut war und was nicht gut war, und in schwierigen Zeiten, ich habe mich immer daran erinnert, Gerardo erinnert dich, was Gott getan hat in deinem Leben, liebe Geschwister, wir müssen dranbleiben, nicht nur am Tag, in dem ich eine Not habe, nicht nur, wenn es Weihnachten ist, nicht nur, wenn es Ostern ist, nicht nur, wenn eine Schwierigkeit kommt, ich denke, diese Situation mit der Pandemie, wer möchte, dass das schon endlich vorüber geht, möchtet ihr das auch, Aber jetzt steigen wieder die Zahlen, und viele sagen, oh nein, es ist schon wieder, und everyone ist like, oh, nicht wieder, bitte alle impfen, alle impfen, alle impfen, dass wir wieder normal sind, die Menschen wollen eine Normalität, aber sie wollen keine Beziehung mit Gott, und sorry, ich frage mich, Könnte es nicht sein, dass Gott zur Welt redet? Die meisten Leute machen sich Sorgen, weil sie nicht in den Ferien können. Weil sie nicht in einem Restaurant essen können wie früher. Eine Party machen oder einen Fußballmatch zu sehen. Aber darf ich dir eine Frage stellen? Hast du mit jemandem geredet, der sagt, ich vermisse Gottesdienste? Ich vermisse, wenn die Gemeinde zusammenkommt und der Herr lobt und preist von ganzem Herzen. Ich vermisse die Zeit, wo die Gemeinden zusammenarbeiten und vielleicht in einem Stadion, irgendwo eine große Evangelisation, wo der Herr wirken kann. Hast du einen gehört, der das gesagt hat? Einen? Nein, alle machen sich Sorgen wegen, weil ich kann nicht essen, ich kann nicht in den Ferien gehen, ich kann nicht das machen, ich kann nicht zum Schlitten fahren oder ja, wie auch immer. Nein, und ich sage nicht, dass das schlecht ist. Nein, versteht mich nicht falsch. Aber wo bleibt die Beziehung mit Gott? Und Gott wartet noch immer. Und er redet zu uns. Ein zweiter Beispiel, den ich in der Bibel fand, ist das Leben von David. Ihr wisst, David war König in Israel. Aber er war nicht immer ein König. Am Anfang, er ist aufgewachsen in eine Familie, wo er viele Brüder hatte. In the beginning, he grew up in a family with a lot of brothers. Und an diesem Tag, als der Prophet kam, um einen neuen König zu salben, bei ihm zu Hause. Und der Tag, als der Prophet kam zu seinem Haus, um den neuen König anzunehmen, sagt uns die Bibel, derselbe Vater von David hat ihn vergessen. Stellt dir vor, dein Vater vergisst, dass du sein Sohn bist. Imagine your father forgetting that you're his child. Es bedeutet, er war nicht so wichtig vielleicht für die Familie. It means, maybe he wasn't so important for the family. Aber er war wichtig für Gott. But he was important for God. Nachher sehen wir in der Geschichte, wie die eigenen Brüder von ihm Neid haben über David. And later on we see that his own brothers were jealous of him. Immer wieder gab es Diskussionen. They were always arguing. Sie dachten, dass David mehr sein wollte als alle anderen. They thought David wanted to be more than anyone else. Und als er Goliath besiegte. And when he defeated Goliath. Sie konnten es kaum glauben, dass das ist mein Bruder hat das gemacht. They believed, and they were, that's my brother. Und endlich, als er Goliath besiegt hatte. And finally, when he defeated Goliath. Und jetzt will er jemand sein. Jetzt hatte David einen Namen. Alle wussten, wer David ist. And now David had a name and everyone knew who he was. Kommt Saul und möchte ihn töten. Kommt Saul und wants to kill him. Und er verfolgt ihn. Und du würdest sagen, was soll das? Und jetzt plötzlich, nachdem Saul gestorben ist, wird David König. Und er regiert jetzt über Israel. And he's reigning over Israel. Er zerstört seine Feinde. He destroys his enemies. Und er möchte jetzt zur Ruhe kommen. And now he wants to settle. Und dann möchte er sein Volk zählen. Wie viel sein Herr zählen. Wie viele Soldaten er hatte. Und die Waffen und alles. And he wants to count everyone, like how many weapons he had. And how many soldiers he had. Und als Gott das gesehen hat. And when God saw that. Sendet er eine Plage über Israel. And God sent a plague over Israel. Und viele fingen an zu sterben. And a lot of people began to die. Und David merkte es sofort. And David realized immediately. Ich habe einen Fehler getan. I made a mistake. Und ich muss es jetzt wieder gut machen. And I have to correct it. Gott hatte ihm nichts gesagt. God didn't say him anything. Aber er hat sofort gesagt, jetzt muss ich etwas tun. But he said, I have to do something now. Und er hat sich gedemütigt vor Gott. And he came before God. Er bat Gott um Vergebung. And he asked God for forgiveness. Er hat ein Altar aufgerichtet. He built an altar. Und jetzt wollte er den Herrn ein Opfer bringen. And now he wanted to give an offering to God. Er ist jetzt König. He is now king. Früher hatte er nichts. Before he had nothing. Früher sein eigener Vater konnte sich nicht mal an ihn erinnern. When he was younger, his own father forgot him. Aber jetzt ist er König. But now he is king. Jetzt hat er viel Geld. He has a lot of money. Er hat viel Macht. He has a lot of power. Was wird jetzt David tun? What will David do now? Und das berührt mich, diese Bibelstelle. And this part touches me a lot. In 1. Chronik 21, 24 lesen wir. We can read in 1 Chronicles 21. Den letzten Teil vom Bibelfers. The last part of the verse. Dort steht, ich möchte den Herrn nicht ein Opfer darbringen, das eigentlich dir gehört und mich nichts gekostet hat. For I will not take what is yours of the Lord, nor offer a burnt offering which costs me nothing. In other words, er bringt jetzt ein Opfer für den Herrn. He brings an offering to the Lord. Und als er die Tiere kaufen wollte und dieses Opfer vorbereitet hat, die Person, die diese Tiere hatte, wollte sie David schenken. Und viele von uns würden sagen, Halleluja, der Herr ist so gut. A lot of people would say, Halleluja, the Lord is so good. Ich empfange das Geschenk. I received a gift. Und ich gebe jetzt das Geschenk dem Herrn. And I give the gift to the Lord. Aber er sagte nein. And he said no. Das hat mir nichts gekostet. I didn't pay anything for it. Es muss mir etwas kosten. Und er nahm von seinem persönlichen Schatz und er bezahlte dieses Opfer und brachte es vor dem Herrn. Als er das getan hat, hat Gott sein Volk geheilt. Und die Menschen sind nicht mehr gestorben. Weil es war ein Zeichen. David sagte mit diesem Handeln, für mich ist nicht das Wichtigste das Geld. Für mich ist nicht das Wichtigste, dass ich ein König bin. Für mich ist nicht das Wichtigste meine Position. Für mich ist nicht das Wichtigste meine Arbeit. Für mich ist nicht das Wichtigste das, was die anderen Menschen sehen von mir. Für mich ist das Wichtigste meine Beziehung mit Gott. Und ich werde ihm nicht geben ein Opfer, das mir nichts gekostet hat. Als ich das leste, dachte ich, wir sind genau in einer Generation, die das Gegenteil macht. Und ich dachte, wir sind in einer Generation, die das komplett Gegenteil macht. Wir wollen Bequemlichkeit. Wir wollen Bequemlichkeit. Dass alles so gut wie möglich und so einfach wie möglich ist. Und wenn möglich, dass es uns nichts kostet. Und es wäre toll, wenn es uns nichts kostet. Ich erzählte die Geschwister im ersten Gottesdienst. Ich erinnere mich, als ich in Argentinien war und wir haben geholfen, eine Gemeinde zu eröffnen. Und ich erinnere mich, als wir in Argentinien waren und wir waren eine neue Kirche in einem ganz, wie sagt man, mitten im Land, wo es überhaupt keine Stadt gegeben hat. Und es war wirklich außerhalb der Stadt, es gab keine andere Gebäude. Da war nur eine, ich könnte sagen, wie eine Hütte, ein Haus aus Holz. Und dort haben sich die Menschen versammelt, um Gottes Wort zu hören. Und ich komme an diesen Tag an, statt zu sehen mit meinem Auto, ich parkiere dort. Und da war niemand. Und nobody was there. Ich steige aus. Ich steige aus. Nachher kommt ein Bruder, der dort arbeitete. Und ich sagte, wo sind die Leute? Und ich sagte, wo sind die Leute? Und ich sagte, warte, sie kommen jetzt. Warte, sie kommen jetzt. Bald sind sie hier. Es wurde bewölkt. Und es fing an zu regnen. Und es fing an zu regnen. Wir sind rein in diese Hütte. And we entered this little house. Es regnete draußen und es regnete drinnen auch. It was raining outside and inside. Aber dann kamen die Leute. But then the people arrived. Manche barfuß. Some people barefoot. Viele waren ganz nass. People were soaked. Einer kam so mit einem Huhn, der war noch am Leben. Someone came with a chicken under his arm that was still living. weil nachher haben wir dann gegessen mit allen. Later on we had dinner with everyone. Und da kamen die Leute von überall. And people would come from all around town. Und dann sagte mir der Bruder, der dort arbeitete. And then the brother who was working there told me, diese Familie kommt von 14 Kilometer zu Fuß. Dieser Bruder kommt 10 Kilometer, der wohnt dort. Die anderen vier Kilometer in die andere Richtung. Zu Fuß. Es war ein Regnen. Es war kalt. Es war nass. Der Saal hat sich gefüllt. Die Geschwister waren so froh, dass wir dort waren. And those people were so happy that we were here. Wir fingen an zu singen im Regen. And we started singing in the rain. Und sie waren ganz nass. And they were soaked. Und der Herr war am Wirken. And the Lord was working. Und sie kamen und haben uns umarmt. And they came and hugged us. Jetzt war ich auch ganz nass. And now I was wet as well. Dankeschön. Thank you. Und nachher haben sie Essen vorbereitet. And then they prepared food. Der eine hat seinen Huhn da einfach den Herrn gegeben. Und someone offered his chicken to the Lord. Die andere Frau kam und hat Brot gemacht. And the other woman came and made bread. Und da hatten wir so einen Backofen aus Stein und dort hat man alles gemacht. And they had like an oven of stone and they baked everything in there. Ganz arm. Manche konnten gar nicht lesen. Some people couldn't even read. Aber jede Woche. Jede Woche. Ja, every week. kamen sie zu Fuß. They came on foot. Ich war beschämt. And I was ashamed. Und ich dachte, ich komme mit meinem Auto. And I come with my car. Hab Lüftung. Hab Heizung. I have an AC. Es geht mir gut. Ich bin gesegnet. I have it good. I'm blessed. Und liebe Geschwister, wir haben so viel Segen. And brothers and sisters, we have so much blessing. Und wir merken gar nicht das, was wir haben. Und wir merken gar nicht, was wir haben. And we don't even realize how much we have. Diese Geschwister haben ihr Bestes gegeben. Those brothers and sisters gave their best. Was geben wir dem Herrn? What do we give the Lord? Was uns übrig bleibt? What remains? Wenn ich Zeit habe, komme ich. When I have time, I will come. Wenn ich Zeit habe, wenn ich Geld habe, werde ich geben. When I have time, when I have money, I will give. Wenn es mir gut geht, when I'm doing good, wenn Gott mir gibt das, was ich ihm verlangt habe, when God gives me what I asked him for, was kostet uns, Jesus nachzufolgen? What does it cost us to follow Jesus? David wusste, David knew, wenn ich jetzt Gottes Herz berühren möchte, when I want to touch the heart of the Lord right now, geschieht es nur auf eine Art und Weise, it just happens in one way. Wenn ich etwas von ganzem Herzen tue, when I do something from the bottom of my heart. Etwas, was mir gekostet hat. Something that costs me something. Und das ist ein Riesenbeispiel. And it's a great example. Und die letzten zwei Beispiele gehen zusammen. And the last two examples go to hand in hand. Das Beispiel von Jesus. The example of Jesus. Er als Sohn Gottes. He as a son of God. Jeden Tag ging er zur Synagoge, zum Tempel. Every day he went to the synagogue to pray. Immer wieder. Every time. Nicht nur einmal. Not just once. Da kommen die Sabbatisten, oder die war. So comes the Sabbatist. Samstag ist der Tag des Herrn. No, Saturday is the day of the Lord. Und was machen wir mit dem Sonntag? And what do we do with the Sunday? Was machen wir mit dem Montag? What do we do with the Monday? Was tust du an Dienstag? Tuesday? Die Bibel sagt, Jesus ging jeden Tag. The Bible tells us he went, Jesus went every day. Sag mit mir, jeden Tag. Say it with me, every day. Jeden Tag ist der Tag des Herrn. Every day is the day of the Lord. Jeden Tag. Every day. Dort, wo du ihn suchst, dort ist Gottes Gegenwart. There is the presence of the Lord. Say it on Montag, on Dienstag, on Mittwoch, on Donnerstag. Jeden Tag. It doesn't matter. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, every day. Halleluja. Halleluja. Und das hat auch die Gemeinde gemacht. And the church did the same. Und das ist das Beispiel, wo wir in der Gemeinde finden. And it's the example that we find in the church. Jeden Tag im Tempel und in den Häusern sie redeten, sie lehrten, sie verbreiteten das Evangelium von Jesus, dem Christus, wo sie verkündigt haben. And every day in the temple and from house to house they did not stop teaching and preaching the good news of Jesus as the Christ. There was life. There was motivation. They were motivated. There was a good Gewohnheit. They had good habits. And brothers and sisters, I want a church like that. Who says amen. Who wants to have a life like that. Not just when someone tells you you have to go. But when you say I want to go. Not someone who says you have to serve. Or you have to do something. Or you have to give. You have to give your offering. You have to give the tenth part of your salary. Nein, Herr. No. Ich will. I want. Ich will. I want. Because I have a relationship with God. Erinnere dich, Daniel suchte Gott bevor es schwierig wurde. Remember, Daniel seeked the Lord before it became difficult. Welche Gewohnheiten haben wir? What habits do we have? Ich hoffe, dass wir die guten haben. I hope we have the good ones and not the bad ones. Lass uns dafür beten. Let's pray together. Herr, wir danken dir an diesen Nachmittag. Lord, we thank you this afternoon. Danke für dieses Wort. Thank you for this word. Du redest zu uns, You talk to us, Lord. Du bist so gut zu uns allen. You're so good to every one of us. And I ask you, Herr, dass dein Wort lebendig wird. That your word becomes living in every one of us. Und in Jesu Namen. And in the name of Jesus. Ich bitte dich jetzt, Jesus, I ask you now, Jesus, dass du unsere Augen öffnest. That you open our eyes. Damit wir erkennen. That we can recognize. Dort, wo es Gewohnheiten gibt in unser Leben. There where we have habits. Wo nicht gut sind. Who are not good. Wo uns in eine falsche Richtung führen. Who send us in the wrong direction. Oh, Herr, vergib uns. Oh, Lord, forgive us. Befreie uns davon. Make us free. Herr, wir wollen dein Wille tun. Lord, we want to do your will. Wir wollen nicht ein Opfer bringen, das uns nichts gekostet hat. We don't want to bring you an offering that didn't cost us nothing. Herr, gib uns ein Herz wie David hatte. Lord, give us a heart like David had. Ein Mann, der verstehen konnte. A man that understood. Es geht nicht um ein Königreich. It isn't about the kingdom. Es geht auch nicht um das, was ich will. It's not about what I want. Oder was ich habe. Or what I have. Es geht nicht um meine Arbeit. It's not about my job. Oder mein Haus. My house. Und meine Projekte. My projects. Es geht um dein Wille. It's about your will. Es geht um dein Reich. It's about your kingdom. Es geht um eine Beziehung. It's about the relationship. Es geht um dir, Jesus. It's about you, Jesus. Und wir wollen ja sagen. And we want to say yes. Ich möchte dich einladen, bitte stehen wir doch auf von unseren Sitzplätzen. And we want to invite you to stand up. Wer ist heute hier an diesem Nachmittag. Who is here this afternoon. Und Gott hat zu dir geredet durch dieses Wort. And God talked to you through this word. Und du hast verstanden. And you understood. Es gibt Situationen in deinem Leben. There are situations in your life. wo nicht gut sind. Who are not good. Wo eine falsche Ausrichtung ist. Oder wo es falsche Gewohnheiten gibt. Oder wo es falsche Gewohnheiten gibt. Du kannst nicht erwarten etwas Gutes. You can't just expect something good. Wenn du genau das Gegenteil gemacht hast. Wenn du das Gegenteil Du musst dich ändern. Und Gott will dir helfen. Und Gott will helfen. Damit diese Änderung geschehen kann. So that this change can happen. Und ich möchte dir fragen. Möchtest du auch diese Veränderung Wenn du ja sagst. Wenn du sagst ich möchte ein verändertes Leben haben. Wenn du sagst ich möchte ein verändertes Leben haben. Mit diesen Gewohnheiten die zum Segen sind. Mit diesen Habiten die mich erbauen. Die mich helfen. Dann möchte ich dich einladen erheb doch deine Hand. Und sag Herr hier bin ich. Und sag Herr hier bin ich. Ich will es lernen. Ich will es lernen. Nicht nur einen Tag. Nicht nur eine Woche. Nicht nur eine Woche. Oder einen Monat. Nicht nur ein Monat. Sondern dass es Teil wird von meinem Leben. Eine echte Beziehung mit Jesus. Eine echte Beziehung mit Jesus. Oh wo die Kraft Gottes wirken kann. Oh wo die Kraft Gottes wirken kann. Oh ein verändertes Leben. A changed life. Erfüllt mit dem Geist Gottes. Filled mit dem Spirit of the Lord. Jeden Tag. Every day. Jeden Tag. Every day. Nicht nur einmal in der Woche. Not just once a week. Sondern jeden Tag. Every day. Zu Hause. At home. In unserer Arbeit. At work. Wenn wir unterwegs sind. When we're on the road. Überall oh Herr. Every day Lord. Wo wir diese Beziehung mit dir aufbauen. Where we have this relationship with you. Herr nimm uns heraus von die Bequemlichkeit. Lord take us out of this comfort zone. Nimm uns heraus aus die Bequemlichkeit. Take us out of this comfort zone. Es geht nicht nur um uns. It's not just about us. Es geht nicht nur um unsere Wünsche. It's not just about our wishes. Es geht um viel mehr. It's about so much more. Es geht um Gottes Wille. It's about the will of God. In our lives. Wer möchte ja sagen dem Herr? Who wants to say yes? Oh, heb deine Hand. Sag ja, Herr. Raise your hand and say yes. Ja, Herr. Yes, Lord. Ich habe es verstanden. I understood. Ich sage ja, Jesus. I say yes, Jesus. Ja zu dieser Beziehung. Yes to this relationship. Hilf uns, oh Herr. Help us, Lord. Dass wir die richtigen Prioritäten setzen. That I can set the right priorities. Hilf uns. Help us. Damit die schlechten Gewohnheiten. That those bad habits. Zurück bleiben. Can stay back. Wir werden frei von diesen Gewohnheiten. That we can become free from those habits. Und wir bekommen neue. And we have new habits. Gute Gewohnheiten. Good habits. Die uns zum Segen führen. That bring blessing. Die uns erbauen. That build us up. Die uns helfen. That help us. Wo wir vorwärts kommen. Where we can go forward. Wo wir Gottes Segen erleben. Where we receive this blessing of the Lord. Oh, wir danken dir, Jesus. Oh, we thank you, Lord. Oh, danke ihm doch, Jesus. Thank him now. Sag ihm danke. Danke, Jesus. Thank you. Thank you. Danke, Herr. Thank you, Lord. In Jesu Namen. In the name of Jesus. Halleluja. Halleluja. In Jesu Namen. In the name of Jesus. Amen. Amen. Kannst du denn, Jesus, einen mächtigen Applaus geben? Lord, a strong Applaus. Halleluja. Halleluja. Gute Gewohnheiten. Good habits. Guten Einfluss. Good influence. Schlechte Gewohnheiten. Bad habits. Schlechten Einfluss. Bad influence. Ich möchte ein guter Einfluss sein. I want to have a good influence on other people. Möchtet ihr das auch? Hier, Michi, du willst auch. Ja. Oh, Maria, du auch. Wer noch? Matthias, du auch. Ja, wer möchte ein guter Einfluss sein? Amen. He wants to be a good influence. Gott segne euch. Gott bless you. Kommt gut nach Hause an. Have a safe trip home. Vergisst nicht, am Donnerstag fasten wir zusammen und beten wir.